Diese spezial gezüchteten, akzentuierten Klone eines diversifizierenden Hermes mit den Flügelchen haben nur die Aufgabe, wie mir es einmal ganz früh sagte, nicht eines Begleitigers, eines begleitenden Beleidigers als Kontamination freut, sondern eines Begleiters. Sie haben nicht die Aufgabe des verkennenden Frühlingskönigs, den Thron zu besetzen, sondern bei Rünome das große Wandern, die mal abgeschlossene, mal geöffnete Kugelgestalt der Mondengöttin zu begleiten, zu unterstützen, ihr bei Zeiten beizuwohnen und sonst die Klappe zu halten und ihren weisen Ausführungen zu lauschen.